So, ich habe wieder herrlich trainiert. Ihr wisst schon, ich mache seit langem jetzt die Videos bei I Am Stronger, dieses tollen Fitnessplattform. Ich bin total begeistert, denn es gibt so viele unterschiedliche Fitnessvideos und du kannst sie ja überall, wann du möchtest, zuschauen und sie machen. Und das ist echt ganz, ganz toll. Man bleibt dran, man bleibt motiviert und das ist natürlich das A und O. Aber es gibt kein Risiko, denn man kann immer kündigen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir halten allen durch im neuen Jahr. Und Leute, ich habe natürlich einen tollen Kauf für euch. Sylvie15 gibt euch 15% Rabatt auf einen monatlichen Beitrag und mit Sylvie99 bezahlst du nur 99 Euro statt 179 Euro auf den jährlichen Beitrag. Also das lohnt sich. Probier es aus. Swipe up! Mua! 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 Untertitelung des ZDF, 2020